... ...printhus Gillesheim, Emanuel Manni. Sein Gegenaus vom ASV Buchhol, Lennart Hoster Es ist ein Halbknall-Kampf der C-Klasse und wird geladet von Volkan Zen. Es gibt nicht die Achtung. Wir machen noch was. Ja, komm! Ja, komm! Okay, Piazik. Okay, gut. Ja, gut. Jawoll! Sehr schönes Tag! Sehr schönes Tag! Ja, gut. Sehr schönes Tag! Sehr schönes Tag! Sehr schönes Tag! Komm! Komm! Ja, mit dir! Komm! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Rettung mit. Warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Komm mal. Hat das Sieber, hat das Sieber jetzt. Ja, 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 jetzt. Hat das Sieber am Mann. Sieh, Sieh, Sieh. Ja, ja. Nicht nur geht! Nicht nur geht! Heißt nur geht! Ja, genau so! Komm, komm, komm! Jawoll! Renn raus! Nicht nur geht! Nicht nur geht! Renn raus! Komm, 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 komm! Komm! Bitte schauen Sie in die rote Ecke. Dort steht der Iman El-Mann. Iman ist 15 Jahre alt und hat als weiteres Vergelebt in den Boxen das Schlimm. Er startet für den Kurs Regieresheim und bestritt bisher zwei Kämpfe, wovor er einen gewandt hat. Er ist der Rheinburger Gruppe, also Kreis Vizemann. Betreuung wird er heute von Steffen Müller und Levetöme. Torsten Vater Er beginnt! Rosne 2 Jawohl, ja! Jawohl, jawohl. Hier ist mein Vincent. Was ist das jetzt? Genau das ist das. Komm, komm, komm. Da geht es jetzt! Hopp, hopp, hopp! Ja, das ist ja. Schön, bis sie zu lange, bis sie zu lange. Hier, was du sagst? Warte, warte, bitte! Jawohl! Jawohl, jawohl, jawohl! Jawohl, jawohl, jawohl! Jawohl, jawohl! Jawohl, jawohl! Jawohl, 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 jaw Kommt, oder ich weiß nicht. Kommt! Der Lennart Horstmann, das ist der Junge in der blauen Hälfte der Lennart, der 16 Jahre alt und startet für den ASK Bochum. Der Lennart besteht bisher zwei Kämpfe und heute wird er von Martin Lenders. Der Lennart, der Lennart, der 16 Jahre alt und startet für den ASK Bochum. Der Lennart, der Lennart, der 16 Jahre alt und startet für den ASK Bochum. Der Lennart, der Lennart, der 16 Jahre alt und startet für den ASK Bochum. Der Lennart, der 16 Jahre alt und startet für den ASK Bochum. Der Lennart, der 16 Jahre alt und startet für den ASK Bochum. Der Lennart, der 16 Jahre alt und startet für den ASK Bochum. Der Lennart, der 16 Jahre alt und startet für den ASK Bochum. Ein Spiegelpumpensieger wurde der Boxer aus der Aurochen Ecke, Elmarie Puss-Jürgelsang.